Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde 7 days to die in der Fantasy Mod bei Shazadi spielt mit dabei wieder die liebe Himiko, meine Männigkeit und Monster, Golems, Goblins und so der Rest der hier so rum. Geucht und fleucht. Aber das ist keine schlechte Idee, dass wir hier sind, Jesse, weil da ist die Burg. Dann lass uns doch hier erstmal einquartieren und irgendwann, irgendwann übernehmen wir diese Festung. Na, auf jeden Fall. Ja, oder? Findest du nicht? Na klar. Wir kommen langsam die Zombies raus. Ja, ich müsste auch noch mal Pfeile machen, aber... Das sind nur Zombies, die sind nicht ganz so schlimm. Boah, ich hatte ein Level ab. Ups, das habe ich jetzt aus Versehen. Pfeile-Indie. Womit kämpfst du? Ich ja. Mit... mit meinem Bohnen. Und gehen wir ründer in die Kirche? Ach, da ist ja keiner mehr drinnen. Nö, nö. Doch. Ach, doch. Big Mama. Oh, n-sack. Na, Jesse, oh, n-sack. Warst du nicht drinnen? Ich war schneller. War aber auch nichts gescheitzt drin, davon abgesehen. Ähm... Alter. So in der Festung ist ja viel los, ne? Kommt das alles aus der Festung? Ja. Oh. Achtung, kennt er den? Wie viel ein Stückchen? Ja, mir auch. Die zerkloppen da, die Bogen. Hier ist eine Spinne im Wasser. Was ist denn da mit Fischer, die im Wasser sind? Sieht fast so aus, ja? Ja. Oh, ich hab keine Fölle mehr. Boah, das ist ja alles voll. Ich brauch mehr Pfeile. Ich hab keine Pfeile. Golem hinter mir. Ich konnte den Schlafsack nicht setzen. Ich wollte gerade noch den Schlafsack setzen, aber... Ach, solange du nur 600 Meter weg bist. Gibt, glaub ich, schon mal was. Ich muss aber immer noch mal aufs Töpfchen. Also, ich hab hier... ...ein ernsthaftes Töpfchen-Problem. 600 Meter ist schon eine Strecke. Ach, eben waren es aber einige Kilometer. Oh, was ist das? Hier ist... Hier gibt's eine Leiter rein. Das ist nicht schlecht. Aber hier gibt's das! Da steht ein Toilettenhäuschen. Ob die Damen was dagegen haben, wenn ich das mal nutze. Sag da mal höflich. Ach. Ein Wolf hinter mir. Ich schleiche mich gerade an. Ach, ich war auf Toilette. Ist das hier nicht das Ding, wo ich eigentlich rein wollte? Hier ist voll die Party drin. Ach, hier kann man aufs Dach. Oh, jetzt hat mich wieder ein Goblin, weil dieser Scheiß oben keine Pfeile ausrüstet. Ach so, ich hab keine mehr. Dann kann er auch keine ausrüsten. Ich weiß nicht mal, wo mein Schlafsack ist, gerade jetzt. Ach, der hab ich da vorne gesetzt. Neben dem Haus. Alles gut. Es wird Nacht. Ich bin gleich an meinen Schlafsack. Äh, quitsche an meinen Rucksack. Okay, hoppen. Super. Ist ja genau von Toilettenhäuschen. War hier gleich an ein Toilettenhäuschen. Wollen wir hier in die... Ich bin hier hinten. Ich packe erst mal meinen Schlafsack hier. Ist das schon drin, oder? Nein. Außen rum gegangen, weil hinten war auch ein Klohäuschen. Und die hier gleich rauskommen. Was? Oh Gott. Das habe ich nicht Martin. Ja, das Problem ist nur, dass ich nicht einen Pfeil habe. Habe ich gerade festgestellt. Lass uns doch von oben rinnen. Ich kann zwei Pfeile herstellen. Warum denn wieder nur zwei? Was fehlt mir denn jetzt, Rieger? Stöckschiff. Stöckschiff. Spitze? 16. Ne? Das geht jetzt noch nicht. Du triffst die nicht. Die Toilette muss erst weg sein. 1, 2, 3, 4, 5 Goblins. Oh Gott. Oh Gott. Komm, lass uns hochgehen hier. Weiter. Ja, ich muss es erst mal... ...schaffen. War hier oben. Die habe ich eben schon alle tot gemacht. Treffe nicht. Nicht schon von hier, aber... So, einer. Ah, jetzt ja. Oh, meine Zielgenauigkeit ist noch... ...atastrophe. Nächster. Den treffe ich jetzt auch nicht, den Freihals. Jetzt. Nächster, jetzt nur einer da. Ne, zwei. Ah, ich bin runtergefallen. Kann man ja runtergehen, oder? Ah, ich bin runtergefallen. Ops, auch abgesprungen. Oh. Oh, ich habe den Mann. Ich habe keine Pfeile mehr. Oh. Was ist denn da immer noch was im Haus? Ähm... Ah ja, hier. Okay, ähm, ich muss mal kurz sterben gehen. Ich bin tot. Ich hab's gesehen. Wenn sich das anhört, ich muss mal kurz sterben gehen. Das ist so unglaublich schwer, im Gegensatz zum normalen. Seven days. Ich hab, äh, mal wieder... Ist das schon... Äh, Dingsa von mir, ähm, einen Topf. Aber der bringt uns ja nicht halt so viel. Nee, zurzeit nicht. Jetzt ist hier tatsächlich ein Loot markiert. Aua, ich werd schon wieder verdroschen. Ich hab keine Pfeile. Wir müssen Pfeile herstellen, das bringt nix. Äh, Hilfe! Du musst mir helfen. Ich renn hier um den Laden drum rum und werd verfolgt. Ich hab nicht einen Pfeil und keine Ausdauer mehr. Das ist so nervig mit ohne Pfeil. Wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen die Gegend clearen und dann erstmal ordentlich Pfeile herstellen. Das hat sonst keinen Taug. Spinner? Oh. Was schreckt denn hier? Spinner. Oh. Weißt du was, ich hol den Schlafsack von vorne und setze den oben aufs Tag. Ja. Ja, macht Sinn. Können wir da auch ein paar Kisten hinstellen? Ja. Dann... Ah! 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 Ich darf jetzt nicht sterben. Ich hab keinen Schlafsack liegen. Das fröhliche Sterben geht weiter. Ah, da kommt ja schon wieder Aua an. Ich hab's aufs Dach geschafft. Na, super. Ich hab jemanden angezündet. Ah. Ich hab an Mannen neufen. Ich hab eine Karte geför truth ordnung. Ja, aber das ist schon wieder IV. Ich hab noch nie so' Zeit, mehr auf Essen opin Mostimus. Der liegt vorne vor der Tür, da bin ich drüber gestolpert eben. Kann ich hier ein Stück aus der Decke rausholen und den Gebietsschutz... Ah ne, die Decke ist aus Stein, alles klar. Dann setze ich den hier irgendwo in die Ecke. So. Ich hoffe, er kommt nicht hoch. So, guck mal, ich habe das jetzt eingestellt. Das ist jetzt unser Gebietsschutz. So, vier Kisten habe ich auch schon gemacht. Ähm, musst du noch reinsperren? Jaja, ich muss ja erst mal setzen. Warte mal. Ich habe immer noch nicht genug. So, wieder da. Zwischenzeitlich ist die Aufnahme wieder abgebrochen. Euch fehlen jetzt nur fünf Minuten, aber in denen ist nicht wirklich viel passiert. Die holen wir jetzt noch nach. Ich habe immer Angst, dass ich hier runterfalle. Ja. Achso, ich bin gestorben, genau. Mich haben Mölfe gekillt. Ah, ah, Hilfe. Mami, Mami. Krieger, Krieger, hinter mir. Hilfe. Krieger. Weil ich will ja meinen Loot. Ich kann, ich kann mich ja nicht, ich kann, ich habe ja nichts zum... mich wehren. So rum. Hahaha. Jetzt habe ich wieder keine Ausdauer. Hä? Oh, da habe ich auch Glück gehabt. Der wäre beinahe unter die Erde gebackt. Weil ich habe da auch lauter Zeug drin, für wegen... Ich brauche noch eine Kiste. Weil ich wollte oben noch... So, der hat... Hat mich jetzt auch gekillt. Okay. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich bin schon wieder hin. Wir sind nicht so weit weg von uns. Ich brauche unbedingt einen Knüppel, ey. Was ist denn schon wieder, ey? Aua! Der holt mich schon wieder. Da ist er eigentlich tot. Ich verliere schon wieder so viel Leben. Oh! 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 So nice! So, Sekunde, Brot, ein März ist drin. Das war nämlich von dir, das hast du komischerweise nicht mitgenommen. Sowas lege ich gar nicht ab. Das tun wir da hin. Achso, die muss ich noch freischalten. Also hier in der 1. sind Ressourcen, in der 2. ist alles was mit Waffen zu tun hat, in der 3. ist alles was mit Zauberei zu tun hat. Die 4. ist so fertiger Kram, so Schematics, Reparaturkit und ähnliches. Da mach ich mal auch das Geld mit rein. Das Geld ist hier in der 2. drin. Da müsste schon Geld drin sein. So, ich habe keine Steine mehr und keine Sticks mehr. Man baue hier so viele Pfeile, das ist unglaublich. keine Sticks mehr. So. Ich repariere erstmal wieder meinen ganzen Kram. Nehmen die Sachen. Pfeile. Pfeile. Das ist immer so eine Gratwanderung hier, die Treppe da runter zu kommen. Irgendwie. So, ich brauche alles. Jetzt habe ich aber im Moment nur das Teil. Wo haben wir denn einen Stein? Hier. Ach, so genau. Die Bäume wollte ich pflanzen. Ein Baum, zwei Baum, drei Baum, vier Baum. Och, bald ist die Nacht rum. Gott sei Dank. Ist die Nacht bald rum. So, Steine. Steine und Sticks. Ach so, ich soll auch als Quest den Steinhammer nochmal craften. So. Dann würde ich sagen, wir lassen diese Folge jetzt langsam ausklingen. Weil dann ist es auch gleich wieder Tag. Ich habe eine Quest abgeschlossen. Ach so, Steinhammer. Warum, ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Seven Days to Die Fantasy Mod. Bis dahin. Ciao, ciao.